wenn es denn unbedingt sein so also war das gehen hier lang und da rot baut man müsste so passen okay also hier müssen wir nicht geladen das ist natürlich doof lassen auch wenn ich gar nicht hin egal jetzt guck mal wo muss ich denn da war diese fliege oder hinten aber dafür doch dafür doch die band nicht in ach so da geht es runter ok tut mir leid ich checks nicht ich checks war gar nicht da geht es aber hoch ok merken jetzt rechts vom gelben karl von diesem kabel müssen wir merken also weil das da ist doch was hier sind die kabel links davon ok jetzt fall doch nicht runter ich habe doch die ganze gefilte runterzufahren was soll das jetzt aber ich darf nicht gucken das ist doch also ich bin bei den kabel das ist hier irgendwo geht es weiter aber wo hier nicht wo geht es denn hier weiter es ist jetzt eine gute frage ehrlich gesagt es ist eine richtig gute frage weil ich finde es nicht ja ok jetzt bin ich hier oben ja nichts kuckuck jetzt guck mal also da geht es ja rüber ja da muss ich brauchen wer würde es hoch springen doch hier geht es ja hoch hier ist doch so ein boden aber ob man da ran hätte ich dann nicht versinkt guck mal da geht alles daran führst du was hin keine ahnung ich will es herausfinden aber diese rote hat mich blockiert aber jetzt hat haben wir so jetzt will ich mal wissen wo das hier hinführt weil es muss ja irgendwo hin das kann ja nicht einfach so ab und enden fertig das geht ja nicht aber auch live ab super danke das brauche ich nicht ich bräuchte es mir eine komplett guide oder so ist das werk aber irgendwie weiß nicht also ein färben dann auf ok also ich muss sagen ich überlege mir immer noch gerade ich mir geht es jetzt die ganzen kopf wie ich spiele mache so hoho nach 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 ich überlege mir gerade richtig spiel soll ich jetzt ein sechs letztes für mich echt noch eine frage ich verstehe ich weiß natürlich welches ist so schade aber ich weiß es echt nicht kamera wie soll man da vernünftig springen wenn die nicht mitspielt aber da ist was zum hochklettern moment da geht es zum hochklettern und irgendwo kommt ich dann hier raus genau wenn ich dann da rauskommen dann kommt ich hier lang und da geht es dann hoch aber einen anderen ausgang gibt es hier auch gar nicht wenn man sich das so anguckt es gibt tatsächlich keinen anderen ausgang gut wir gehen noch mal da durch es muss ja wohl irgendwo muss muss das ja was bringen da muss doch irgendwo noch bei dem checkpoint und so war glaube ich vielleicht noch was wenn wir Glück haben also aktivieren Gags und vorwärts oh gott ein sucht droid oh jetzt kommt die stelle gleich ja sucht droid hilfe okay vorwärts Gags sprung und noch einer warte man es ist schön aber es ist jetzt auch mal schön wenn ich mal kein mega mensch spiel auch wenn ich heute schon eins gespielt habe aber in einem privaten video war das war was ganz anderes ist auch egal also vorwärts vorwärts Gags wir wollen gewinnen Tötere Tötere ich bin mal gespannt also wenn ich mit dem Christian heute Abend wenn wir da noch mal jetzt das Mario gespielt wir haben es ja gestern gespielt leider ist mit der Aufnahme jetzt dann doch was schief gegangen da hat beim Fraps irgendwie ihm ein Bein gestellt sage ich jetzt mal blöd das ist nicht schlimm nicht schlimm wir können ja noch mal zocken ich muss es nur wissen wo dieses grüne Aufladung ist warum versteckt das eigentlich immer so warum kann ich sagen es passt und fertig also komische roboter wird in acht nehmen oder die spinne okay wir sind hier wir klettern wir sind Gags wir klettern natürlich nicht okay wir haben 30 items gesammelt cool machen jetzt aber nicht wo geht es weiter hier geht es weiter Gags ich habe jetzt ein bisschen Zeit verloren aber ich sehe schon okay Gags vollgas da müssen wir durch okay ich glaube das ist jetzt eine andere Mission ja wir sind hier kommt wir machen weg dem auf die Europäer ja hallo ihr ich glaube hier gibt es jetzt zwei verschiedene Mission wenn wir Glück haben wir sitzen zwei verschiedene wissen wie wir hinkommen müssen wir den ganzen Level Abschnitt halt nochmal wiederholen das ist sehr nervig aber hey Hauptsache wir kommen vorwärts weil alle roten das wäre schon schön wenigstens ob ich jetzt wie gesagt alle silbernen alle goldenen macht das weiß ich noch nicht ich weiß nur es wird auf jeden Fall was kommen aber wie wir das jetzt genau machen das lasse ich jetzt mal noch offen da gibt es zu noch fliegen hier können wir uns mal abstellen dann wahrscheinlich genau komm Gags jetzt gehen wir mal runter okay ich bin jetzt irgendwie nochmal hier lang genau jetzt bin ich hier gelandet ich habe keine Ahnung gehen wir durch gucken wir mal wird schon irgendwie klappen irgendwie entweder kenne ich auch entweder kenne ich diesen Raum ich glaube das ist die erste Mission die wir machen und die zweite geht die andere Richtung oh Gott ach du blödes Viech okay das heißt also ich muss mich jetzt erst mal wieder oh Gott wo kam der her der soll mir bloß nicht zu nahe kommen jetzt werde ich aggressiv äh ja okay hä ich verstehe es nicht warum transportiert mich das Teil hier rüber nur dass ich hier hoch kann das macht doch keinen Sinn egal jetzt gehen wir mal auf das Teil irgendwie hat das nicht so geklappt wie ich wollte Gags du machst das jetzt irgendwo geht das hin hä ey das macht keinen Sinn äh äh das bringt mich hier okay das macht ja noch Sinn wenn das Teil mich hier rüberbringt ah hier geht's hoch okay und äh äh verfluchter ist es okay wie soll das gehen also ich meine muss ich da so schnell sein ach so ich hab's verstanden das mach ich dann bringt die Teile sich nämlich in Position und ich kann jetzt das andere aktivieren jetzt macht das Ganze einen Sinn oh Gott ich sag's euch äh da kommt da muss man echt da braucht man echt Zeit da muss man echt im Spiel nachdenken also das ist auch so eine geile einfach eine geile Sache an Gags man muss echt nachdenken aber wir kommen rüber ja wir haben es geschafft ich weiß nicht was jetzt erst mal eine dritte Mission und was kriegen wir oh wir haben die dritte Mission geschafft jetzt fehlt nur noch eine und zwar die eine Mission halt yes safe fire und dann geht's nochmal nach Japan oder China oder ich weiß nicht Kung Fu Theater ich weiß nicht wo kommt Kung Fu her keine Ahnung ich weiß nur ich habe es durch Charge to the top und einmal da war eine Fliege da waren viele Sprungteile okay also es sind viele Sprungteile hm mal gespannt wie weit wie wir was wir noch machen müssen ich weiß es nicht äh keine Ahnung ok jetzt lass mal schauen also hier gibt's nur die Items net hier wollen wir hoch warum keine Ahnung eigentlich macht's keinen Sinn wo ist denn jetzt ich ver- 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 also wie ging der Weg nochmal also wie ging es hier hoch ah ok also erst den Weg hoch ähm dann gehen wir hier weiter so dann geht das mit Plattform hoch ähm ich hab's jetzt aktiviert blöderweise auszusehen ich wollte das nicht äh ich muss warten bleib mal drin stehen jetzt ging mal dauernd irgendwie aktiviert geil hahaha geil ok und jetzt vorwärts warte nochmal ich hab noch so viele Ideen aber wir schauen jetzt mal also ich sag ja also wir gucken jetzt mal wie das funktioniert auch mit meinem zweiten Channel den ich jetzt dann mache vielleicht ich fäge mich heute Abend schon drum oh du bist es ist nervig dass die Gegner dann sofort die Sachen zocken wenn sie einen erwischen ist voll nervig vorwärts und aktivieren Gags wir müssen weiter au Killerbatterien aber ich finde die irgendwie immer noch am coolsten also die Killerbatterien sind und bleiben die coolsten ganz ehrlich das müsst ihr doch echt zustimmen einfach nur weil sie so boah also lustig aussehen oben schlag den Droid zusammen oh okay dann ging es hier weiter und jetzt kommt dann gleich nach dieser Stelle der Part wo wir hin müssen also wo ich echt sag okay okay wir gehen hier ab wir lassen hier ab wir gehen hier no oh oh das wird sich die Kamera fast schief au blöd Mann ah wir müssen zum Checkpoint jetzt kommen wir müssen jetzt zum Checkpoint kommen wenn wir den haben ist okay dann ist es nämlich schlimm wenn wir hier gehen aber den möchte ich halt noch wenigstens da rein okay da kommt es ach Mann Mann das ist schon heftig also das Level hat es echt in sich und vor allem wie oft ihr da wohl laufen müsst das ist voll schlimm aber wir sind auch hier durch auch an dem oh Batterie des Todes oh Mann okay das sollte ja jetzt wohl noch klappen oder das sollten wir jetzt noch hinkriegen Mann Mann aber das ist echt eine gute Idee Alventura wenn ich so überlege Kirby mal zuletzt ich weiß nicht ob ich jetzt wirklich das Annie ist macht ich mach auch das Crystal Shots für N64 aber wir sehen es mal also ich werde es mir auf jeden Fall vormergen ich glaube obwohl das wäre eigentlich was mal so ein Spiel das hätte ich noch nie richtig ist also das könnte ich auch mal blind spielen dann könnte ich auch mal blind spielen komm wohl ja dann habe ich es aber auch nicht zocken davor hast du eine Limitierung wenn ich was nicht zocken darf weil ich es sonst kenne ach komm Gags jetzt geht's auch okay wir müssen hier hoch Gags komm geh hier hoch und sammle das Leben ein das ist jetzt besser okay jetzt war es ja so jetzt gab es noch diesen äh Split Path am Schluss und ich denke mal wir müssen jetzt mal auf die andere in die andere Richtung ich denke mal das wäre jetzt sinnvoll okay weiter Gags komm äh wo ging es hoch da hinten geht's hoch hier ging's hoch okay ah es ist schwierig es ist hier gerade echt schwierig aber wir kommen vorwärts und ich denke mal also ich denke halt mal dass wir jetzt wenn wir die andere Richtung laufen dass wir jetzt dann auch vorwärts kommen so wie es sein soll weil diese Drehteile brauchen wir ja nicht mehr die sind ja jetzt egal sozusagen oder die sind ja jetzt egal aber wir kommen jetzt dann hin ich gehe mal hier lang da wo der hingeht da waren wir nämlich noch nicht und ich will mal ach okay ich sag mal den Druid da diese Drohne hey Drohne ich sag genau ein Druid ich bin so doof aber ich hoffe ich mache das Let's Plane noch Spaß also mir macht es ja gerade Spaß wenn du zu Let's Plane ähm das sieht man auch ich mache ja jetzt schon den vierten nee ich glaube ich bin schon am fünften Punkt ah angekommen okay hier hoch und ja ich glaube wir sind hier richtig das könnte gut oh das sieht gut aus hier waren wir noch gar nicht bei den drei Droiden in der Killer-Batt äh ja wir sind hier definitiv richtig jetzt warten wir mal ähm da kommt einer okay boah Gags was machst du äh hö ähm okay wie auch immer ich das gemacht hab ich hab keine Ahnung Gags bleib bei uns was Kamera angeht bleib bei uns ach komm wir kürzen ab aha okay also was ist denn das jetzt ach da können wir dann die Items abkassieren wenn wir das machen okay oh Gags nein nö scheiße aber äh das krieg ich so doch eh also zweites Teil noch scheiße das war als ah das ist jetzt blöd gelaufen naja das ist jetzt echt blöd gelaufen ich weiß nicht was passiert die äh okay er sagt uns die Ende von irgendeiner Serie ist es äh ist dass sie Schnürsenkel suchen aha sehr informativ Gags danke okay okay also wie sieht's aus wir sind im sind wir im letzten ja das ist diese Stelle jetzt wird nur noch gejumped wie verrückt und das macht Spaß ich mein ich weiß nicht ob ich jetzt noch hoch schlafe aber jo komm wo ist das Ende bitte sag mir das jetzt ja hier ist das Ende und damit haben wir auch dieses Computer Level geschafft man oh man wir haben es echt geschafft wir haben alle roten gut speichern dann würde ich sagen geht's jetzt noch ins japanische Level oder chinesische Level oder was weiß ich und jetzt gucken wir mal ob es auch wirklich alles ist also das ist cool Frankenstein Field, Mao Zedong Empire und so weiter und so fort Hange Pain in the Astroids oh uns fehlt noch ein uns fehlt noch ein ähm älterraum Level oh das wusste ich nicht oh das sollten wir vielleicht lieber schnell besuchen gehen Pain in the Astroids und das ähm ja chinesische japanische Theater da Kung Fu dieses Kung Fu Theater da ihr wisst ja was ich meine guck mal wow 14 wie sieht so aus wo gehen wir lang gehen wir also Marcia Frankenstein Field was auch da geht's zum Ausgang ja ich denke mal hier ging's lang müsste hier gelangen oh ha jetzt auf die doofe Kamera Judo Chomps okay das müsste ja wir sind richtig okay jetzt ist die Frage wo gehen wir lang gehen wir hier lang um hier kommen wir zu ah Kung Fu Theater Samurai Night Fever okay Samurai Night Fever hört sich cool an Navigate the Great Spinner ride the swinging platforms climb the towering temple boah hu 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 das wird ein Spaß das wird ein richtiger Spaß also boah okay ich erinnere mich gar nicht mehr sonst ich erinnere mich an so ein paar Kleinigkeiten noch aber so großartig erinnere mich an nichts mehr naja lass uns mal oh ein roter Ninja du wirfst ich wusste ich glaube das und das Pain die Assault sind jetzt die Levels die wirklich schwierig werden das sind oh eine Liebe achso und eine rote Fette Liebe und du bleibst jetzt ein was sub die souls hier achso hier geht's nicht weil ich dachte wegen diesem boah ist das gemein oh hoch hier okay also das ist gemein also das wird ein schweres Level ich seh schon das wird richtig schwer das Level okay ja das ist so gut wir kriegen ein Leben ich mein das ist gut aber ich denke mal nicht dass die nein das wäre auch komisch gewesen wenn die Stelle jetzt echt nur für ein Leben gewesen wäre okay wo geht's wo sind wir hier wo sind wir hier oh ein Ninja okay komm her und ich freue mich und ich freue mich